Dass Aminosäuren die Bausteine der Proteine sind, haben wir dir bereits erklärt. Aber weißt du auch, wie Aminosäuren dir bei der Regeneration helfen können? Wenn nicht, dann aufgepasst. Ich bin Claire und erklär's dir. Punkt 1. Muskelreparatur. Nach einem intensiven Training entstehen kleine Risse in den Muskelfasern. Aminosäuren bzw. Proteine, die in Aminosäuren zerlegt werden, können dabei helfen, diese kleinen Risse zu reparieren und das Muskelwachstum zu fördern. Punkt 2. Beringerung des Muskelkaters. Wer kennt nicht den guten alten Muskelkater nach einer anstrengenden Sporteinheit? Aminosäuren können dazu beitragen, den Abbau von Muskelgewebe zu reduzieren, sodass sich der Muskelkater in Grenzen hält. Und Punkt 3. Energieversorgung. Aminosäuren helfen dabei, während und nach Sporteinheiten den Muskelzellen Energie zu liefern. Besonders die BCAAs Leuzin, Isoleuzin und Valin sind hierbei relevant. Aber Achtung! Liegen deinen Muskelzellen zu weniger Aminosäuren und alternative schnelle Energiequellen, zum Beispiel Glucose, vor, die über die Leber ins Blut abgegeben wurden, werden Proteinreserven, also der Muskel selbst, abgebaut. Halten wir also fest. Aminosäuren sind essentiell für eine effektive Regeneration. Schau morgen wieder bei uns rein für mehr Infos zur Unterstützung deiner Regeneration.